Bei den Fotoabdrücken, Kaffee und Rotweiflecken stellst du dir die Nacken auf. Aber du dinierst gerne mit deinen Freunden, liebst deine Katzen und ohne Kaffee am Morgen geht es damit. Wenn du starke Flecken auch mit den Seifen nicht rausbringst, zeige ich dir in diesem Video die Lösung. Kürzlich waren deine Kollegen auf Besuch. Der eine Kollege kocht wie der Jamie Oliver, der andere ist eher von den chaotischen Sorten. Der teure Rotwein hat dir auf dem Esstisch ausgelärt, Salatspritzer verratet, wo er gehockt ist und am Schluss hat sein Hund noch den Paket voll gesabert. Du hast den Rotweiring erst am nächsten Morgen entdeckt. Du hast versucht mit den Seifen zu putzen, aber sie waren schon einträchtig. Und dann hat dich Panik gepackt, weil der Tisch war ein Erbststück. Du brauchst deine Freundschaften wegen diesem Nützkunden. Mit dem Wokka Spot Remover wirst du fast alle fleckenlos. Der Spray eignet sich für kleine Flecken auf offenporigen Holzoberflächen. Also das heisst für Gölz, Gewachs oder Rosholz. Spritze die betroffen Stelle gleichmässig ein. Lass den Spray 10-20 Minuten einwirken. Dann den Fleck mit dem blauen Schwamm rausmassieren. Putze die Überreste vom Spray mit einem feuchten Tuch ab und lass die Stelle gründlich trocknen. Wenn der Fleck einer der halbnäckigen Sorten ist, wiederhole einfach die Schritte 1-4. Jetzt, wo du den Spray angewendet hast, braucht deine Oberfläche wieder eine schützende Schicht von Öl oder Wachs. Probier den Spray immer zuerst an einer nicht sichtbaren Oberfläche aus, ob sich das Ganze auch miteinander vertreibt. Die Holzporen geben uns das warme Gefühl bei der Berührung. Sie bieten aber auch eine Angrissfläche für jegliche Art von Schmutz. Darum ist es wichtig, dass ihr euren Boden gut pflegt und sauber reinigt, damit ihr die Fleckenbildungen so minimieren könnt. Verschmutzte Stelle einspritzen und kurz einwirken lassen. Den Fleck mit dem blauen Schwamm rausmassieren. Mit dem befeuchteten Tuch die Überreste abputzen. Die bearbeitete Stelle mit Öl oder Wachs nachbehandeln. Lass die unbeliebten Partyspuren mit dem Wokka Fleckenentferner verschwinden. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Holzpunkt in Zürich, Bern, Zug, Basel und Wieler.